heute das thema spätabendliches training ist das sinnvoll ist dies zu empfehlen ja erstes mal kann man in der tat nicht eine grundsätzlich pauschale aussage dazu treffen nur so viel schon mal das thema biorhythmus des körpers das kann man berücksichtigen und da passiert folgendes also wenn wir das jetzt mal hier eine uhr aufzeichnen nackt auf so hier die uhr hier ist 12 uhr hier unten haben wir 6 uhr hier haben wir die 9 oder 21 uhr und hier haben wir die drei uhr ok so und dann ist es so natürlich hier die meisten menschen stehen morgens zwischen sechs und sieben uhr auf und die meisten menschen gehen abends zwischen zehn und zwischen zwölf uhr hier ins bett hat natürlich einen sinn ups wenn man morgens aufsteht wird's hell draußen die sonne geht auf die sonne steigt 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 und so wie die sonne ansteigt haben wir auch so ein verhältnis zu unserem biorhythmus das heißt wir werden dann irgendwann natürlich auch mal richtig schön wach die einen früher die anderen später kommt drauf an wenn man ins bett gegangen ist und so hat man natürlich einen tagesverlauf was den biorhythmus anbetrifft ich mache hier noch die 21 uhr drin drunter hier die 24 uhr und hier die 15 das besser verständlich ist und hier die 18 uhr ok so und jetzt gibt es ganz oft die frage wann ist die beste zeit zum trainieren da gibt es einiges an studien drüber das wäre nachmittags zwischen 16 17 18 19 bis maximal 20 uhr schon ein bisschen spät und da ist optimal trainingszeit für viele auch morgens mal trainieren zu gehen wenn es jetzt nicht gerade maximalkraft ist und hypertrophie außer man steht zwei stunden vorher auf dass man ein frühstück hat dann kann man auch morgens über trophie trainieren aber eher ungünstig wir haben es aber heute bei uns geht es heute darum hier zum thema spät abends trainieren also wenn wir irgendwann abends so irgendwann bei 20 uhr hier sind dann fängt der körper an biorhythmisch vielleicht sogar schon ein bisschen früher langsam aber sicher sich auf schlafen einzustellen das bedeutet dass der körper der organismus der stellt sich auf schlafen ein das heißt die körpertemperatur geht in der regel etwas runter der stoffwechsel wird etwas langsamer der körper bereitet sich auf die nachtruhe vor so jetzt gibt es leute die sagen ja aber ich möchte unbedingt abends um 22 oder sogar noch um 21 oder manche sogar um 22 uhr 30 ins studio gehen oder sport machen kann man machen geht aber die meisten haben dann ein großes problem dass sie noch in den schlafmodus kommen wenn jetzt jemand morgens um 6 uhr aufstehen sollte muss will weil er danach in den job muss und er geht erst um 21 uhr trainieren und part dann so eine trainingszeit bis 22 bis 22 uhr 30 da ist ganz oft so dass die mindestens bis 12 uhr überhaupt brauchen bis sie mal irgendwo ein bisschen müde sind dann legen die sich ins bett und dann brauchen die noch mal 30 minuten 45 minuten meint zu schlafen schlafen dann auch ein schlafen aber dann nicht tief genug warum weil ganz oft bedingt durch den aktionismus hier durch das intensive training ja einmal der adrenalin spiegel noch oben ist der körper ist aufgeweckt die sauerstoffzirkulation ist hoch das gehirn ist sehr stark durchblutet und somit haben die dann eben einmal ja von halb eins circa einen schlaf müssen dann im sex raus und haben dann letztendlich nur fünf fünfeinhalb stunden haben dann auch noch einen schlechten schlechten schlafmodus die ganze richtig in die tiefschlafphase kommen und wachen dann morgens auf und sind gerädert deswegen ist es nicht sinnvoll zu spät ins training zu gehen warum natürlich hat sich die natur was dabei gedacht wenn sie sagt ja ja wir lassen jetzt mal die sonne untergehen und wenn die sonne untergeht dann wissen unsere gene aha ja ja es ist ja dunkel so langsam sollten wir uns mal auf schlafen vorbereiten und wir menschen sind eigentlich so intelligent sagen ne 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 moment mal jetzt machen wir mal das licht an jetzt fangen wir an hier action zu machen ja und dann wundern wir uns letztendlich dass wir nicht gut in schlaf kommen dass wir morgens gerädert sind das sollten wir uns nicht wundern denn der biorhythmus gibt uns natürlich vor wann wir aufstehen sollten und wann wir schlafen sollten natürlich kann man das eine stunde zwei drei hin und her schieben denn ja im sommer um vier uhr fünfzehn aufzustehen weil die sonne aufweicht und dann abends erst um 22 Uhr nochmals ins bett zu gehen weil da die sonne erst untergeht kann man machen muss man nicht machen oder im winter schon um 19 Uhr ins bett legen weil es dunkel wird und morgens erst aufstehen um 7.30 Uhr weil es hell wird kann man schon anpassen sollte man auch anpassen machen wir ja auch aber wir dürfen nicht vergessen dass dieser biorhythmus den uns die natur vorgibt dass der natürlich auch einen sinn macht dass da natürlich auch hinten dran was steckt warum bei unserer gene die wurden ja trainiert über jahrtausende hinweg und somit macht es einen sinn ein bisschen in die natur zu gucken warum hat die das so gedacht dass man es tut und natürlich auch auf den körper zu hören denn ganz oft gibt es auch leute die abends noch trainieren gehen und die gehen auch noch vorher und sagen naja damit ich gut trainieren kann haue ich mir noch einen booster rein da gebe ich mir noch ordentlichen booster dass ich richtig wach werde dass ich richtig gas geben kann denn mein training ist ja super wertvoll es ist nicht im sinne der natur deswegen ganz klar also was den biorhythmus an betrifft ist es nicht gut zu spät trainieren zu gehen und darunter den schlaf leiten zu lassen beziehungsweise auch die schlafqualität es gibt da draußen bestimmt ein paar die sagen das ist völlig ein blödsinn ich kann schlafen das gibt sicherlich aber auch hier gilt die ausnahme bestätigt die regel weil ich habe seit 30 jahr die erfahrung gemacht dass ganz viele coaches zu mir kommen sagen ich weiß auch nicht irgendwie bin ich immer müde und keine ahnung und dann tastet natürlich verschiedene optionen ab wie zum beispiel natürlich ob sie ausgeruht genutzt sind ob sie gut schlafen weil die zähne schlafen gut ist ob die ernährungsverhalten gut ist und da gibt es einen ganz großen anteil wo man dann feststellt okay ihr geht einfach zu spät trainieren es ist zu spät und dann müsst ihr auch noch früh aufstehen und dadurch entsteht eine chronische müdigkeit chronisch ausgelaugt chronisch schlapp wenn man dann keine rücksicht drauf nimmt und weiter so das ganze betreibt kann das dazu führen dass die leute gar keinen bock mehr haben zu trainieren bei vielen ist es auch so durch den schlechten schlaf leidet dann auch noch der stoffwechsel durch den schlechten schlaf ist auch noch ja der muskelaufbau gestört weil auch hier was hormone anbetrifft und hormonsekretion anbetrifft ist natürlich das spätabendliche zu späte drehen nicht förderlich auch nicht für den muskelaufbau und der schlechte schlaf natürlich auch nicht förderlich für die fettreduktion denn das ist stress für den körper und diesen stress muss man ihm nicht aussetzen warum weil man diesen stress selber in der hand hat und darauf reagieren kann klar es gibt menschen die zum beispiel schichtarbeiten ja tut mir leid bei schichtarbeiter ist es schwierig denn die unterliegen natürlich einem ganz anderen gesetz das ist leider so dass schichtarbeiter da die arschkarte haben aber alle anderen die relativ normale arbeitszeiten haben können dies beeinflussen mein tipp ist immer also wenn man trainieren geht gute zeit ist direkt nach der arbeit die sporttasche mitnehmen ins auto stellen und direkt auf dem nachhause weg im studio vorbei ab ins studio und ein workout gemacht gegenargument und richtig da ist scheiße viel los im studio weil natürlich viele um diese uhr zeit kommen wer die möglichkeit hat der fängt morgens schon um halb sieben an und kriegt dann vielleicht schon um 15 uhr feierabend wenn er um 15 uhr feierabend kriegt oder 15.30 Uhr dann ist er relativ früh vor der hauptstoßzeit im fitnessstudio also die meisten fitnessstudios sind ab 17.30 Uhr bis 20, 20, 30, 21 Uhr gnadenlos voll und da macht es in der tat echt keinen spaß zu trainieren es gibt verschiedene möglichkeiten oder es ist frühmorgentliche training wenn man kann im muskelaufbau etwas schwierig auch hormontechnisch etwas schwierig weil wenn man morgens ordentlich bums haben will dass man sagt ich habe ordentlich power ja da braucht man energy wie viele brauchen energy viele können auf nüchternem wagen kein hartes training in form von muskelaufbau training durchführen und wenn man frühstückt und zu knapp an die trainingszeit frühstückt kann das natürlich eben auch belastend sein weil durch das futtern durch das frühstück morgens ist der magendarmtrakt belastet der verdauungsprozess läuft und das kann natürlich sehr hinderlich sein fürs training denn der verdauungstrakt frisst viel blutvolumen nimmt natürlich viel sauerstoff in diesem bereich und das fehlt uns in den extremitäten also der muskulatur es fehlt uns in der birne und das ist natürlich dann für eine ordentliche trainingsleistung definitiv nicht förderlich also das wäre es heute gewesen zum thema zu spät abends trainieren dass das zu spät abends trainieren tatsächlich dazu führen kann dass schlaf darunter leidet dass man sich nicht gut fühlt nicht wohl fühlen und dass tatsächlich auch die fortschritte auf der strecke bleiben das war's andreas riedenbacher mr t rieg l j j j